Hier sind wieder Joe und Andi von EnjoyMagic. Und willkommen zur EnjoyMagic Review. Was haben wir heute für euch? Ich habe für euch einen mysteriösen braunen Umschlag. Und Andi, ich zeig dir sogar vorher, was drin ist. Es ist eine Karte mit einer Büroklammer. Wo habe ich das schon mal gesehen? Das ist sehr egal. Okay, wir haben hier Karten. Ja, siehst du? Und was du von dir möchtest Andi, die eine offizie möchtest du? Eine freige Wahl. Okay, unterschreiben wir drauf? Natürlich. Wie du auf einem Check unterschreiben. Okay, ja, der Klassiker. Einmal unterschrieben, perfekt. Sehr gut. Wir werden sie auch wieder erkennen. Und Andi, du siehst, sie kommt ins Kartendeck. Ja, absolut. Und was ich von dir möchte ist, nur mal so, du hast jetzt, welche Karte hast du gewählt? Weißt du es noch? Ich weiß es noch. Ich habe zum Glück darauf unterschrieben. Das war die Herz 3. Aber jetzt musst du noch dazu wissen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit ist, die Karte, die ich von Anfang an hier hingelegt habe, auch die Herz 3 ist. Unmöglich. 1 zu 52, deswegen ist der auch in Mathe durchgefallen. Was ich euch aber zeigen möchte, ist, wenn ihr die Karte seht und ich mache die Büroklammer ab, umso fair, wie ich sein kann. Siehst du, ist das nicht nur irgendeine Karte, sondern Drama. Die unterschriebene Karte. Nicht schlecht. Wirklich? Ich bin begeistert. Das ist Ossin. Ich will es nicht so sehr sagen. Vielleicht soll ich es so zeigen. Was heißt das? The only switch you need von Marc Calabrese. Es ist ein Switch-Device. Ja, ein Switch-Device. Die Möglichkeiten sind, jede Karte und eventuell auch laut Trailer einen Geldschein auszutauschen. Also, der Haupt-Act, was er performt oder was der Trailer hergibt, ist, jetzt habt ihr eine Blankokarte, die auf einer Büroklammer ist und ihr gebt einem Zuschauer die Karte und er schließt seine Hand und er denkt an irgendeine Karte und sagt sie euch und dann, wenn er sie aufmacht, sieht auf einmal ist die bedruckt und die macht die Büroklammer ab, so fair, wie ihr es sein könnt und dann ist es die Karte hier aus. Das geht nur mit einem Index. Er schlägt vor von Daniel Madison, der Upper-Part. Ein 52-Karten-Index. Der ist nicht extra mit drauf, aber die beiden brainstormen kurz drüber. Also, da ist Daniel Madison dabei. Das gehört zu der Performance mit dazu, ja. Insofern, das Ganze ist, zu der Frage, wo habe ich das schon mal gesehen, das Ganze ist angelehnt bzw. weiterentwickelt, vor allem Jay Sankey's Paperclip DVD, die wir auch verlinken und die wir auch empfehlen können, weil ich muss sagen, ich habe jetzt beides gesehen, ich kenne Paperclip schon jahrelang und das hier ist jetzt die Weiterentwicklung davon. Die Frage, die sich jeder stellt, ist es ein Fortschritt oder ist es ein Rückschritt? Also, der Fortschritt ist halt eben, dass ihr, wenn ihr die Büroklammer abmacht, wirklich zeigen könnt, es ist nur die Büroklammer und dann macht ihr es hier auf. Was halt eben anders ist bei Paperclip, da macht ihr eben die Büroklammer auf und steckt es. Ihr könnt die Hand nicht gleich zeigen, dafür könnt ihr die Karte sofort rausgeben und seid danach clean. Seid ihr hier nämlich nicht, das können wir gleich so sagen. Man zieht die Büroklammer, man kann die Hand leer zeigen, zieht die Büroklammer ab in die Tasche, kaltet die Karte auf, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht 100% clean. Ja, aber man muss sagen, der Switch erfolgt halt an einer ziemlich cleveren Stelle, muss ich jetzt für mich zum Beispiel behaupten. Ja, es ist auf jeden Fall... Es ist halt mal ein bisschen was anderes. Marc Calabrese redet auch ein bisschen davon, warum seiner Meinung nach der Switch besser ist oder an welcher Stelle der Switch tatsächlich gemacht wird, der Karte. Dazu muss ich sagen, Paperclip hat für mich immer perfekt funktioniert, was auch bei Inferno von, habe ich das immer performt, von Joshua Jay, eine sehr schöne Routine auch. Ja, ich hatte nie Probleme mit Paperclip, deswegen man muss sich einfach überlegen, sich beide Sachen anschauen, wie gesagt, die Unterschiede haben wir gerade aufgezeichnet. Es nimmt halt eben im Gegensatz zu anderen Switching Devices, was wir zum Beispiel gleich jetzt noch dazu kommen, keinen Platz weg. Ja, das hier, ich meine, das reicht schon, ich habe jetzt da das noch ein bisschen so aus... Der Vorteil bei Paperclip, das ist, es braucht bis auf eine Büroklammer gar nichts. Ja, also quasi, ja gut, ja tatsächlich, hier habt ihr ein bisschen ein kleines Gimmick. Genau, deswegen... Aber das hier, das ist alles, was ihr braucht, beziehungsweise tatsächlich auch nur das. Wenn ihr jetzt den Switch machen wollt, wenn ihr dieses, was in der Trailer vorkommt, da braucht ihr ein bisschen mehr. Also natürlich... Also ihr müsst einfach selber überlegen, wo ihr eure hohen Nachteile seht. Genau. Wir haben beide Produkte von dem. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist auch ein bisschen, ja ein bisschen so, ich habe es auch ein paar Mal performen, Leute, ja gut, wir haben das gesehen. Wohingegen bei Paperclip, die Leute haben keine Chance, das zu sehen. Ihr habt einen Grund, warum ihr in die Tasche geht, weil ihr die Büroklammer einstecken müsst. Deswegen muss ich auch sagen, ich finde, ja, Paperclip deutlich besser. Ich gebe dem Ganzen jetzt, ich meine, die Idee mit der... Bevor wir zur Bewertung, Kameratechnisch ist beides das Gleiche, ein bisschen winkelabhängig, aber da geben sie es nicht viel. Ja, wobei, man kann ja nicht sagen, ja, da hat man ja was gesehen, weil da bestimmt was da hat. Aber das ist bei Paperclip dasselbe, darauf will ich hinaus. Ja, ich meine, bei Paperclip ist es so, mit dem... Achso, und bei dem jetzt... Können sie nichts sehen. Also ganz ehrlich, ich denke, da hat uns... Ja, mit Kamera ist es vielleicht ein bisschen besser, das stimmt, ja. Und sonst, für Live, ich denke, da ist Paperclip auch besser. Bei Live, weil es clean endet, das ist wichtiger als... Also, wir wollen es mal zu Ende bringen, weil es ist fast bei über 5 Minuten. Okay, alles klar. Gut, von mir gibt es hierfür 5 Punkte, tatsächlich nur. Ich finde es clever, es gibt aber bessere Möglichkeiten. Ihr könnt ja auch ein Glas drüber stellen, da hätte ich dir so eine Art Switchbox. Es gibt ihm aber 4 Punkte, weil es ist eine Idee, aber ganz ehrlich, ein Paperclip gefällt mir auch besser. Und das war es von Osen, also nicht ganz die only Switch you ever need. Unsere Meinung zu. So, und wir bleiben auch gleich beim Thema und machen weiter mit... Einem Jar. Jar. Andi, das erste, was ich dir zeigen möchte, ist das erste, was ich in der ganzen Performance mache. Ich lege eine Karte hier rein. Und ich bin der Karte drauf. Wahnsinn. Gut. So, bleibt hier. Kann von allen Seiten untersucht werden. Andi, du musst noch mal eine Karte ziehen. Ich nehme deine Karte raus. Ja, frei. Darf ich sie dann. Unterschreiben. Unterschreiben sie. Andi, die zweite. Jawohl. Perfekt. So, Paxi zurück ist weg. Wir machen mal ein bisschen schneller, damit wir von der zweite auch... Ja, du siehst. Ja, ich weiß, du siehst. Die Karte kommt zurück ins Spiel. Und ich bin ein bisschen rum. Und Andi, du weißt, wir können es nochmal machen, mal gucken, ob wir das dazugelernt haben. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das auch eine Kreuzass ist? Sie ist aus einem anderen Kartenleck. Ja, ich habe dazugelernt. Also 1,52. 1,52. Aber ich würde brennend interessieren, was für eine Karte da drin ist. Was für eine Karte es ist, dann schauen wir doch mal nach. Du weißt ja, das erste, was ich gemacht habe, ist, in der Performance, ich habe den Crew genommen, habe eine Karte hier reingelegt, habe den Deckel drauf gemacht. Pass auf, ich will die Karte nicht anfassen. Schau bitte nach. Was ist das? Nicht möglich ist das. Das ist nämlich meine Karte. What? Das ist der Jar von Cosmo. Garret Thomas und Tokar. Was ist das? Das ist der Mystery Card Blot. Das ist quasi eine Tauschbox und Münze durch Glas. Genau. Was ist der Vorteil hier? Also erstmal, ihr kriegt eine DVD, ein Glas. Eine coole Box. Eine coole Box. Ja gut, cool. Ihr habt auf jeden Fall dann auch hier den Jar. Sieht aus wie ein Jar und ist auch ein Jar. Jeder, es ist komischerweise, man kennt sich, aber jeder weiß, was es ist. Niemand wird fragen, hey, was ist das? Das ist einfach Last Rook. Das ist auch ein Vorteil davon. Genau. Es ist nicht, wie auch im Trailer gesagt wird, diese komische Zauber-Magic-Box-Requisiten-Ding. Es ist eigentlich kein, ja, es ist zum gewissen Teil ein Requisit, aber jetzt nicht per se, weil jeder weiß, was es ist. Das ist einfach, gut. Am besten ist, wenn ihr zu Hause seid, stellt es in die Küche, dann auch, komm, wir holen damit was. Ja gut, das ist natürlich... Kommt, aber, ja, könnte man machen. Es hat Cosmo einfach entwickelt, aus dem einfachen Grund, er performt auf der Straße. Und das hier, ihr könnt um 360 Grad außen rum gucken. Ja, wenn ihr es auch festschraubt, dann ist es auch rum. Ja, das stimmt, das ist ein Vorteil gegenüber anderen Switching-Boxen zum Beispiel. Genau, ihr könnt es komplett personalisieren, ihr könnt jedes Kartendesign nehmen, ihr könnt Geldscheine nehmen, ihr könnt weiße Papierclips nehmen. Genau, was ihr können müsst, ist ein guter Mercury-Card-Fold, sollt ihr jedem was sagen oder ihr müsst euch ein bisschen bescheißen, wie... Und die Karten cutten, aber das, wenn ihr mal da vielleicht... Ja, das kann man sich informieren. Genau. Das ist das Einzige, sonst ist es recht einfach auszuführen, mit ein bisschen Übung. Was ihr noch dazu kriegt, was euch vielleicht wundert, ist, dass es US, UK und Euro-Versionen gibt, die machen von der Größe her keinen Unterschied, aber ihr kriegt noch ein spezielles Münz-Gemmick dazu, denn da ist nämlich auch noch eine Münz-Routine. Das ist sehr cool, also muss ich sagen, das gefällt mir fast noch besser als die Karte Münze, zack, da rein und man kann es geben und Münze drin. Also cool, wirklich cool. Schöne Ideen damit. Es gibt ein Handling mit Büroklammern, falls ihr ein Problem damit habt, dass die Karte, wenn ihr, nachdem ihr sie gefaltet habt, ein bisschen aufklappt, wo ich damit kein Problem habe. Die ist ein bisschen aufwendiger, aber eigentlich ziemlich clever, wo ich dann das gesehen habe. Anni kennt es noch nicht, aber ihr könnt halt eben eine Mercury-Card-gefoldete Karte auf eine Büroklammer ziemlich schnell drauf machen und dann damit austauschen, was es halt noch ein bisschen unmöglicher macht. Ja, es braucht. Genau. Er ist auch günstiger als viele seiner Switch-Brüder. Ja, gut. 60 Euro ist das, aber die anderen kosten alle ein bisschen mehr. Wenn man das schon mal auf den Tisch stellt, man hat schon mal ein Interesse, man hat was Interessantes dabei, wenn man einfach sagt, hey, hier, dass jeder kennt es. Also jetzt im Moment ist es ein bisschen, wir müssen ein bisschen aufpassen, wie wir es zeigen. Es macht was her. Ja, aber in dem Moment, wo die Karte halt eben drin ist, können alle außen rumgucken. Es ist nicht, ja, es ist schön, es ist clever gelöst, es ist ein schönes Switch-Device. Ich finde es gut, ich habe auch schon ein paar Mal performt und die Leute waren echt so, wow, kannst du das nochmal, das gibt es da nicht, weil Cosmo macht eigentlich auch ziemlich interessante Sachen zu sein oder er sagt ein bisschen was zu sein, Street-Magic-Performance, wie er es macht, was er macht. Es ist eigentlich ganz gut. Naja, wir haben es, ja, es ist schon wie im letzten, es ist auch eigentlich nichts anderes als der Effekt, es ist gleich wie bei Paperclip, ihr tauscht eine Karte aus, es ist halt ein schönes Requisit mit dabei. Aber es ist einfach ein Switching-Ding und aber ein schönes, wie ich finde. Also wenn es jemandem gefällt, dann nimmt es und in meinem Sinn, Bewertung von mir, was geben wir dem? Acht Punkte, absolut. Ich würde ihm sogar acht und halb geben, ich finde es ganz gut und es sieht halt eben noch was aus. Genau, also das ist The Job. Und das war es dann auch schon wieder mit der Angel-Magic-Review. Heute mal ein bisschen mit Switching-Devices. Ihr könnt immer sagen, was ihr benutzt oder was euch besser gefällt. Ob es jetzt aus dem Paperclip, ein Char oder was ganz anderes wie von David Penn noch diese Mystery-Car-Box, Clarity-Box von David Regal. Es gibt so viel, es ist wieder so ein ganzes Ding, aber wir fanden ihn schon. Gut, in diesem Sinne, schreibt es in die Kommentare, wie immer und bis zur nächsten Woche. In diesem Sinn, bleibt magisch!